Hallo und herzlich willkommen zu Age Vampires, der im Prinzip ganz ersten, in Anführungsstrichen, die deutlich bearbeitet und es gibt weiter mit Entdeckungen. Als ihre Jäger sich in die Wildnis hinauswagen, treffen sie im Westen entlang der Mittelmeerküste auf andere Kulturen. Sie haben Erkundungstrupps ausgesandt, um die Grenzgebiete zu durchsuchen und etwas über diese Menschen in Erfahrung zu bringen, die sie Libyer nennen. Der Legende nach befinden sich heilige Städten in der Nähe. Diese können durch ein Zeichen in der Form eines weißen Pferdes erkannt werden, das in den Boden eingebrannt wurde. Finden sie die fünf Entdeckungen, bevor die Libyer ihnen zuvorkommen. Ja, dann mal los, nicht wahr? Auf geht's, auf geht's. Alles klar, jetzt gehen wir nur auf die Suche, ne? Ähm, nur suchen, entdecke, Entdeckung fünf. Alles klar, können wir noch ein paar Arbeiter machen, ich gehe ein bisschen schneller. Dann, ähm, weiß ich nicht, ob wir einfach stumpf lossuchen sollen, finde ich nicht so eine gute Idee. Ich will noch den Holz machen. Ich habe das gerne dann, dass so eine Infrastruktur funktioniert, nicht wahr? Noch ein Arbeiter. Ja, ich habe gleich ein Arbeiter. Den mit dem, mit dem, mit dem brauche ich hier nochmal schnell eine Hütte hin. Aber stumpf lossuchen gehen will ich nicht. Wir brauchen Nahrung, ne? So, der, nein, nein. Mit dem gehen wir tatsächlich suchen, ich gehe einfach los. Ich habe keine Nogen hier in der Nähe, ne? Ach, da ist Nogen, äh, das Lauf geht. Weil sollen wir uns ja beeilen, beim Suchen? Das tun wir dann auch, wir brauchen mehr Nogen. Ja. Schon gefunden. Die sind aber fortschrittlich. Oh. Ist der blöd, kann man sehen? Okay, wir müssen da hin. Ne. Ah. Okay, da haben wir ein Problem, ne? Die tatsächlich schon mit solchen starken Feinden zu enttämpfen haben. Das ist ja doof. Und bis. Das wäre echt blöd. Ich glaube, der ist tot, ne? Ja, der ist tot. Die geht nicht mehr. Eine müssen wir noch bauen können, aber wir haben nicht genug Nahrung. Verdammt. Entdeckung 1. Und 5 haben wir drüber. Okay. So, hier kommt's. So, 8 können wir ja. Insgesamt. Ah ja. So, der nächste Entdecker. Da geht das mal ganz stumpf bei uns in die Ecke hin. Wir müssen den Nahbericht abchecken. Ah, scheiße. Wird das denn? Ja. Ah, da wurde dann ein Steak raus. Na wunderbar. Das kann ja nicht schaden. Da muss auf jeden Fall noch ein Arbeiter schaffen. Ein Aufklärer, ob es gegangen ist. Jetzt haben wir schon zwei. Nein, wir haben noch keinen Aufklärer. Wir haben aufgeklärt hier. Okay. Also, gehen wir hier unten hin. Auf geht's. Aller Mars. Er breitet noch das Tier aus. Dann haben wir was anderes bauen. Wir brauchen noch einen Arbeiter. Wir haben hier vielleicht einen Arbeiter. Wunderbar. Da ist der nächste. Okay. Sind wir noch nicht unten gekommen? Aller Mars. Weil aggressiv. Okay. Dann gehst du da hin. Aller Mars. Neutral. Okay. Dann haben wir Neutralität angenommen. Ich hoffe. Dann ist zwei. Ist noch einer frei geworden? Wir gehen dann schon mal spontan da hoch. Alles klar. Ist das fertig? Aller Mars. Das müssen wir nicht rausholen. Okay. Dann kannst du dich mal hier hingehen. Aller Mars. Da ist auch noch einer. Oh, drei. Da fände ich mal viele. Aller Mars. So. Kein Fleisch. Ja, kein Essen. Genau. Der ist aber aggressiv. So. Schade. Der ist dann gekommen. Aller Mars. Aller Mars. Aller Mars. Ich bin so friedlich. Und er greift mich an hier. Aller Mars. Aller Mars. Aller Mars. Da ist er tot. War zu erwarten. Dann gehen wir mal hier ins Dunkle. Und der hier geht weiter hier ins Dunkle. Also viel zu entdecken. Wo ist der Rand, ne? Wird nichts mehr kommen. Ja. Dann gehen wir mal hier hin irgendwie. Aller Mars. Schöne Musik. Leider von ganz anderen Spielen. Ich hätte gerne die Musik von Asher von Pay eingelassen. Aber es hat keine Lust, jetzt hier große Stripes nachher von YouTube zu bekommen. Hatte ich jetzt zu Weihnachten genug. Hab keine Lust mehr drauf. So. Okay. Kann man noch was bauen? Irgendwas, was wir noch nicht gebaut haben. Eine Lagergrube vielleicht. Eine Lagergrube fehlt uns noch, ne? So. Bauen wir eine Lagergrube hier. Bauen wir das einfach, weil wir es können. Level aufsteigen können wir nicht. Geht einfach nur ums finden. Hm. So. Seid ihr alles abgehoben? Alles durch hier? Nichts mehr? Geht's nicht weiter? Okay. Ich war darüber. Also die ganze in unserer Nähe. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir haben 8 von 8. Müssen wir mal eine Hütte bauen. Wenn der fertig ist, bauen wir nochmal eine Hütte. Hm. Nee, ist auch nix. Ja. Alla Mars. Dann müssen wir nochmal hier hin. Alla Mars. Oh komm, klären wir den hier direkt an. Den werden fertig hier. Hä? Wo sind die Arbeiter hin? Die ich dafür hatte. Hm. Ach, der Arbeiter damit. Ich kann auch weiter nichts bauen. Ich würde vielleicht mal eine Hütte bauen, aber... So. Okay. Dann nehmen wir hier noch ein Steak mit, aber mir fehlt immer noch. Oh, das ist jetzt so viel. Schenke ich dich mal hier hin. Alla Mars. Alla Mars. Alla Mars. Alla Mars. Also die Handicap sind halt die gegnerischen Einheiten, die sich feindlich verhalten. Alla Mars. So, hier ist X weiter. Fehlt aber noch was. Alla Mars. Gehen wir da auch mal hin. Warte, wir haben jetzt auch noch einen Schatten. Gehen wir da erstmal hin. Mann, wo ist denn das? Hier drüben haben wir auch noch einen Schatten. Vielleicht ist es da, ganz in der Nähe von uns. Gehen wir da hin. Alla Mars. Alla Mars. Dann haben wir da hinten noch einen Schatten. Oder ein Wasser. Dann kann hier noch was sein. Aber es ist unwahrscheinlich, dass es hier direkt in der Nähe von dem ist. Sehr unwahrscheinlich. Dann gehen wir da erstmal hin. So. Hm. Da fällt einer noch ein. Da fällt mir noch ein. Oh ja. Nicht genug noch. Der ist fertig. Dann gehst du dich jagen. Okay. Das war's tot. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Ja. Alles klar. Hey. Ihr Erkundungstrupp hat die Heiligenstädten entdeckt und die Eindringlinge aus dem Westen zurückgedrängt. Sie glauben jedoch nicht daran, dass dies ihre letzte Begegnung mit diesen Libyern war. Ja. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Was haben wir? Das war jetzt. Bis zum. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich auch. Da müssen wir uns. Schöne viele Folgen. Das ist schön. Alles klar. Ciao. Ciao.